Oh, hier das Gesicht kann man schon sehr schön erkennen. Sag ich mal, geht's noch? Also wenn Sie schon beim Ultraschall zusammenklappen, sollen das erst im Kreißsaal werden. Du siehst jetzt deine Hose wieder an und gehst da weg! Es gibt dir eigentlich das Recht dazu, hier rumzustehen und nicht in das Grab deines Vaters zu scheißen. Wir wollen die ganze Zeit heiraten, aber wir kriegen es einfach nicht hin. Ach, das ist ja traurig. Ich denke manchmal, wir sollten uns trennen. Denkst du es nicht auch manchmal? Ja. Ja, was soll ich denn jetzt machen?